In diesem Video geht es um die besten Kappsägen. Der Qualitätssieger in unserem Kappsägetest geht an die Bosch GCM8SJL. Die GCM8SJL Professional Kappsäge ist die geeignete Maschine für den Zuschnitt von breiten Werkstücken wie großflächigem Laminat, Parkett, Terrassen und Bodendielen sowie für Möbelbauteile oder Kabelkanäle. Einzigartig in ihrer Klasse ist die hohe horizontale Schnittkapazität von 312 mm. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht von nur 17,3 kg, die kompakte Bauform und der handliche Tragegriff. Die GCM8SJL Professional bietet gegenüber dem Vorgängermodell 15% mehr Schnittfläche und 100 Watt mehr Leistung. Ein 1600 Watt Motor treibt das Sägeblatt mit 5500 Umdrehungen pro Minute an und sorgt so für besonders sauberes und schnelles Arbeiten. Weitere herausragende Leistungsmerkmale sind Sanftanlauf-Elektronik, Lasermesstechnik und 2-Punkt-Staubabsaugung. Die GCM8SJL Professional zeichnet sich durch ihre Kompaktheit und große Schnittkapazität aus. Besonders schnell und einfach lassen sich die Neigungswinkel einstellen. Dazu einfach den neuen Kipphebel umlegen und beim gewünschten Wert auf der Skala wieder fixieren. Mit dem Gerät sind Neigungen von 47 Grad links bis 2 Grad rechts möglich. Auch die Gehrungswinkel können beliebig justiert und arretiert werden. Zwei ausziehbare Seitenverlängerungen ermöglichen ein bequemes und sicheres Bearbeiten bei längeren Werkstücken. Die 2-Punkt-Staubabsaugung ist so konzipiert, dass neben dem gewohnten Absaugstutzen am Gerätekorpus hinter dem Sägeblatt ein zweiter beweglicher Absaugstutzen direkt am Sägearm angebracht ist. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Schepach Hem 254. Die Hem 254 eignet sich für Hart- und Weichholz sowie für alle gängigen Kunststoffe. Die beiden mitgelieferten Hartmetall-Sägeblätter, eines mit 48 Zähnen, eines mit 60 Zähnen, haben einen Durchmesser von 255 mm. Der vollständig geschlossene Sägeblattschutz sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Der integrierte Laser zeigt präzise die Schnittkante an und ermöglicht dadurch exakte Schnittergebnisse, bei denen man sich nicht auf sein Augenmaß verlassen muss. Mit Hilfe der Zugfunktion sägt die Kappsäge mühelos Werkstücke bis 340 mm Breite und 90 mm Höhe und dank der stabilen Doppelsäulenführung lässt sich das Sägeblatt dabei präzise durch das Werkstück führen. Beidseitige Tischerweiterungen mit Schraubklemme zur Fixierung des Werkstücks, ein Längsanschlag, ein schwenkbarer Drehteller mit Schnellarretierung und das für Gärungsschnitte um 45 Grad neigbare Sägeblatt ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen mit der Hem 254. Die stabil und kompakt gebaute Zug-Kapp-Gärungssäge Hem 254 verfügt über ein leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell und eignet sich daher gut für den mobilen Einsatz und kleinere Werkstätten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kappsägetest ist die Einhell TCSM 2131. Die TCSM 2131 Dual ist eine Zug-Kapp-Gärungssäge für die Bearbeitung von Holz, beschichteten Panelen und Kunststoffen. Ihr stufenlos nach links und rechts neigbarer Sägekopf bietet hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gärungen. Ein integrierter, netzbetriebener Laser markiert die Schnittlinie und ermöglicht so das schnelle, exakte Anlegen des Werkstücks. Der hochwertige Drehtisch der TCSM 2131 verfügt über eine präzise Winkeleinstellung für Schrägschnitte, die sich mit einem Handgriff in verschiedenen Positionen rasten lässt. Die integrierte Zugfunktion ermöglicht das Schneiden besonders breiter Werkstücke. Beidseitige Werkstückauflagen, eine Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks sowie ein Werkstückanschlag mit nach links und rechts verschiebbaren Schienen ermöglichen sicheres, genaues Arbeiten. Die Tischeinlage ist mit einer praktischen Skala zum Ablesen der Werkstückbreite ausgestattet. Das hochwertige Präzisionssägeblatt aus Hartmetall gewährleistet kräftige und saubere Schnittergebnisse. Der Spänefangsack sorgt für Sauberkeit am Arbeitsplatz, wobei der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt die Sägemehlabfuhr noch bedeutend verbessert. Für einfache und sichere Mobilität ist eine Transportsicherung vorhanden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.